Ich glaube, der absolute Tiefpunkt des Fluges kam, als er aufhörte, zu fliegen und aufs Angriff. So Leute, ein neues Kapitel steht an, und zwar das Sumpfheber. Und Sascha ist natürlich wieder mit dabei, und der Anton ebenfalls. Was geht ab, vielleicht? Na, na, na. Guck mal, das ist ein Vogel. Ein Vogel. Vogel. Ohne. Guck mal, Sascha, ein Haus. Vogel. Das ist kein Haus. Komm, Anton, ich nehme mir einen Einkaufswagen und du steigst ein. Oh, was ist das? Der hat jetzt gerade den Lachflash. Ich auch lachen will. Oh, Mann. Hinter dir. Ey, ey. Oh, Mann, Mann. Mann, 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 Mann. Ich hab nicht. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann, Mann. Oh, Mann. bestimmt alle einen kommentar gesundheit nein habe ich gefunden streitet euch darum hier ist er entgegne baum er antworten ja wobei ich will als überbraten aber auch vor Ort und er wollte ich erledigen wenn man will er wird nur ein blöder abstehende mannig keine äh Pfanne Warte, jetzt hier liegen die Dämonen Jo Ah, endlich Ne, da wird der Abzug weg, eigentlich sieht man viel mehr Blut Ne, echt, hätt ich nicht gedacht Wir schauen aus, warte ich mal Ich hab hier noch eine Pfanne in der Tür Ich hab hier noch eine Arzt Oh, noch eine Pfanne Ich hab hier noch eine Arzt Oh, noch eine Pfanne So, und ich werde natürlich wieder von etlichen Zombies angefallen Ah Hey Rochelle, da oben ist ein Wetter, werden wir ungestört Hahaha Hat mich aufgefallen, dass fast jeder Zombie-Nasenbluten hat Nicht auf das Auto siehst Nicht auf das Auto siehst Aber es ist so cool Komm, ich werf ein bisschen Musik ein Was möchtet ihr hören? Night Fever Oh, ich hab ein Kind-Sickle Hahaha Da hab ich ja was für das gefunden Also CD ist aufgelegt, aber es kommt kein Ton raus Lade nach! Scheinbar defekt Lade! Lade nach hin Klar das kommt, Papa Krampf, Papa Oh nein, ein Hunter hat mich Woh, 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 woh Warte, 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 warte keinen anderen Ausweg kein Problem mit der persönliche Charger Knapp Zeug! BAM! WOOOOO Ihr habt die Pfanne, legt euch nicht mehr an, ich hab ne Pfanne, ich hab ne Pfanne! Ich hab nicht gehnelt Aber das ist ein Fasslerer! Leute, noch drei Stunden, dann können wir beim Fluss Yay Was soll das denn? Ich will den Jockey töten Ich will den Töten, du? Challenge accepted Darum ist das Smoker? Nee, Smoker Ja, es war ein Smoker, aber Coach hat ihn hier K.S. Sizer, Sizer, Sizer Okay, Stil halt Okay, Leute, wir können rein Alles einsteigen Nein, Zombies sind nicht erwünscht, sonst geht das Boot unter Was? Der drückt Mal drauf Was? Mein Gott Sascha, es fährt viel zu schnell, ich flieg fast runter, ich kann mich nicht festhalten Oh mein Gott! Aaaaaaah Ich brauch ne Schwimmweste Wahnsinn Ich hab keine Hütte Ja, da ist der Fenster raus, er ist so Da ist ne Hütte, Leute Da hat man so ne Hütte Ich will auf den Hütte Wow, eine Hütte Hey, da ist Ich hab die Toilette Ach, ne Ja, Zombies müssen wohl doch aufs Klo, sonst wäre hier keine Hütte Ich will auf den Hütte Ich geh ein Tank, Leute Ich geh ein Tank, Leute Ich geh ein Tank Der reicht, der ist ein Tank Der reicht, der ist vor Ich versteck mich hinterm Klo Es ist immer das gleiche Der Tank geht auf mich los Und ich hab nur so ne mickrige Pistole Was hast du für's hier in der Waffe? Deine Pistole Diese Standard Pistole Ach, sie können wir noch mal auch vermitteln, Mann Die ist leer Hier, hier schon ne Pistole Hier, hier schon ne Pistole Schreck sein, hier ist noch ne Pistole Ach, jetzt hab ich diesmal Vergessen, Medic Pack mitzunehmen Jetzt, ich heile dich Ja, dann heil mich auch Man rät hier nicht so so rum Hier ist ein Haus Ne, du bist Ne Boah, ich hab noch ne Klemse, meine Hahaha Wens, denn hier ist noch ne Auseinanderpistole Hier kannst du da zweite benutzen Was, ich kann zwei benutzen Ich hab zwei Hände Oh mein Gott Jeder schlappt in der Waffe Ich hab mir wunderschön ne Klemle Ich hab mir das nicht Ich hab mir das nicht mehr Ich hab mir das nicht mehr Guck mal, ein Axt schwebt in der Luft Guck mal, ein Axt schwebt in der Luft Guck Ne, sie ist man doch Kein Ahnung Das geht's Vorsicht, Glibber Loll, ich hab mich bitter mit einem Fall erschlagen Guck 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 isha Guck Zaher Guck Oh, ich hab soird nonống Es wird nicht gut Female Nein, 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 nein Nein, 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 nein Ich hab gern noch hier lang Das ist viel schöner der scharfschützengewehr ich bin oder die gute alte Schottkorn er hat mir nicht dass er schon wieder ein Ten kommt Leute wohin die geht so lang ich hab keine Ahnung wo lang wir haben wir können schlecht drüber rennen wenn es da noch brennt ich glaube wir müssen sogar hier hin ich will aber nicht ins Wasser bitte Axt ich glaube sogar dass ich den Sumpf hier jetzt durchwarten ich habe keinen blassen Donnerstag runter mit Dio irgendwo muss man auch glaube ich wieder raus können oh man ey ich hab den Faden verloren ich hab ihn noch nicht mal gefunden der MP ist voll verwirrend PAM ah ich hab Brand-Munition ich glaube ich möchte nicht meinen schönen Anzug schmutzig machen wir brauchen eine F5 wir brauchen eine F5 was ist denn los Coach ich hab eine F5 und Brand-Munition auch ich nicht sonst kriegt er schon noch eine Bratpfanne oder eine Brandpfanne ich weiß echt gerade nicht wo wir hin müssen na wo versteckst du dich Schmoker ja Mütze ich glaube ich würde wir sind doch hier lang ja wir müssen hier lang jetzt zum Schutzraum wer sitzt hier im Schutzraum ja durch den Sumpf da war so ein Bild wartet auf uns ich bin der Führer ich fülle euch ich hörne Witch Oli CK so wo war jetzt hier eine wo war jetzt hier die Treppe? nach oben? ah hier komm Coach wir müssen den aufholen warum verfolgt er nicht dich? ne weil ihr beide noch dort zu zweit seid und der verfolgt immer denjenigen der allein ist oder der Ja. Ich hab gewusst, dass ich eine Witch höre. Warte, ich versuche die Witch mit der Rohrbombe zu erwischen. Äh, warte, warte. Wer sich an, ich gebe die Kämpfe hier drauf. Warte, warte, warte. Ich gebe... ...Kalbombe. Das bringt doch nichts. Du wirst schon sehen, was das winkt. Rohrbombe! Okay! Und weg ist die Witch! Hahaha! Und weg sind die Zombies. Unter anderem. Aspirin! Schussrohr! Schussrohr! Zum Abflussrohr! Wehe! Uuuh! 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 Oh! 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 Ja, mach! Mm. Ja, da, 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 da! Bis zum nächsten Mal.